so und weiter geht's natürlich battle race sunset rock ich glaube man kann auch später ich weiß nicht ob man überall gold holen muss man kann glaube ich später neuen snowboarder freischalten ich weiß nicht ob das klappt ich muss eigentlich an anderen spielen weil wir den slash ja das passt schon die steuerungsprobleme habe ich jetzt eigentlich auch nicht nicht mal den alpine ich glaube ich muss jetzt ein bisschen aufs beat komm schon ja super so die strecken käme ja durch den linksbums na wie heißt durch diese spiel games nach solcher aktion kann ich mit dem alpine ich bringe ja diesen schuss behalte ich mal so gleich natürlich alles rausgehauen was geht na komm schon nehm die kurven so eng wie es geht super hat mich der sprung von dem scheiß eisdings punkt gerettet auch herrlich wunderbar nein der hätte springen müssen ich was zum schon wieder ich habe es auch noch gesagt weiß dann verkack ich es trotzdem der controller ist schon lustig ich muss immer so ein bisschen zur obs rüber schielen das passiert mir eigentlich immer habe ich eben auch gesagt und dann ist es passiert nein ich wollte den schneemann behalten hat jetzt nur 20 kohle gegeben aber immerhin besser als nix das meinte ich mit schneemann da muss man aufpassen der schießt und macht aua das ist perfekt da bin ich jetzt ins dienstungsgerutscht aber der schneemann ist mir lieber als die bomben ich behalte das und sobald ich irgendwas mit ausrufezeichen auf meinem kopf sehe dann drücke ich so doch sofort b ja der geist schützt mich natürlich nicht er macht mich langsam es gab ganz 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 selten die ist ganz selten die ist wirklich selten glaube ich oder es ist beim mitspieler nur beim multiplayer modus so ähm es gibt auch eine maus als item die cloud von demjenigen der das meiste geld hat klaut hier richtig viel kohle habe ich ganz selten gesehen aber die gibt es das weiß ich ha 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 schussverkackt der ist aber knapp hinter mir ja generell sind die snowboarder gerade ein bisschen stark beieinander wenn du mal siehst wo wir alle stehen also wir haben nicht viel platz da wird ein kurzes let's play also ich glaube das petze ich heute einfach mal ein stück durch weil ich gerade voll bock drauf habe und ja naja wenn kommentare zu zu schreiben sind ähm wie das mit welchen layout sind oder hey da wo die webcam ist jetzt den controller das muss jetzt nett sein das nervt dann in die kommentare das wird dann für die nächsten projekte berücksichtigt ja man muss da ganz schnell a drücken sonst wird man da ganz schnell mal die Arschkarte gezogen ich habe nämlich das gefühl dass wenn man nicht a drückt wenn man platt gewalzt ist dass man einfach unten liegen bleibt das war ein schöner trick ja das war eine schöne falle und jetzt habe ich es äh na gut haben wir es auch mal im let's play drin aber ich glaube damit habe ich es echt verschissen habe ich jemanden getroffen den treffe ich auf jeden fall der ist ja der schneemann ist der einzige der hier so richtig abgeht ja ja das war perfekt habe ich sie bloß nicht in den schneemann boah das war wieder so ein knappes ding ey Glück gehabt Glück im unglück ich dachte ich hätte es jetzt mit dem sturz verkackt oder mit dem sturz na das war ja meine hand ich dachte schon ich wollte jetzt schon aus Panik ein B drücken super und noch ein Stein vielleicht fällt da jemand rein Schneemänner wenn ihr hier die Dinger loslässt dann ist aber hier echt crazy shit am laufen so das ist aber offenen super ja das hat man eine Stunde oder zwei hat man das schnell durchgespielt glaube ich ich muss ja jetzt nur noch die Battle Races machen so eine Sau warte ab ich habe einen Schneemann also der Fallschirm war gemein ich hatte es mal gehabt dass wir in einem Multiplayer da richtig für Verwirrung gesorgt haben weil einer kurz vorm Lift also einen Eisblock reingekriegt hat und hat den anderen den Weg versperrt und dann hat die ganze Zeit und dann haben sie sich alle die ganze Zeit weg geschleppt und da kam halt keiner in den Aufzug rein war schon lustig ja komm auf auf prüfen so irgendwie wie es geht so nicht zu lange a drücken weil das bringt dann nämlich nix. Sondern nur so lange, wie man denkt, dass es möglich oder nötig ist. Oder bei Jumps. So, die Münzen in Ruhe lassen. Die sind die gefährlichsten. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich war so froh, dass ich mir das Ding aufgehoben hab. Ja, dieser scheiß Geist, ey. Die Linda. Wie kann man... Die hat ja eigentlich nur ein Bikini, glaub ich, an. Beziehungsweise obenrum. Wie kann man da Snowboard fahren? Also jeder, der Snowboard fährt oder weiß, oder Ski oder sonst was, weiß, wie arschskalt da ist. Ich mein, die Leute sind da nicht umsonst so angezogen. Wie... Was weiß ich. Aber es ist alles schnell. Und die läuft da einfach... Er hat zwar Handschuhe und alles an. Aber auf der anderen Seite... Naja. Man muss halt auch was fürs Auge haben, ne? Nintendo. Ah, schöne Spiele, muss man echt sagen. Vor allem die geilsten Partyspiele. So, hab ich hier noch irgendwas mehr. Ich brauch diese Steine nicht. Ich will diese Steine nicht haben. Ich versuch jetzt kein Geld auszugeben. Einfach, dass ich so viel wie möglich... Ja, so ein kleiner Pfennigwuchser. Ähm. Zumindest was... Jam und Linda wieder. Ja, das war klar. Das Hoppelhäschen ist irgendwo runtergefallen. Das ist nicht so das Problem. Aber der Jam und die Linda. Ja. Der ist... Ich bin ein bisschen schneller als er. Keine Ahnung warum. Oh, du Ratte. Du Ratte. Hoffentlich reicht's. Dankeschön. Geil. Oh, wenn ich jetzt eine Wand gefahren wäre, das ist ganz rennenversaut. Herrlich. Halleluja. Danke, er. Die Kleine lässt ganz gut auf sich warten. Battle Race. So, Night Highway. Oh, das sind jetzt neue Maps, die wir nicht von den Mods kennen. Ähm. Könnte cool sein. Natürlich Alpine, aber ich glaube, das Alpine wird hier ein bisschen scheiße sein. Wenn ich mich recht erinnere. Aber drauf geschissen. Hau mal einfach mal durch. Ready? Oh, die Musik ist cool. So, jetzt muss ich hier nicht so lange. Nur ein bisschen Kohle. Hilfe! Was will ich denn mit diesen Kacksteinen? Also, hier hast du richtig schwere Schwierigkeiten. Ah. Ähm. Hier diesen tollen Bonus zu benutzen. Von dem ich gesprochen habe. Ich glaube, der Geist hat mich gerade gerettet, weil ich war ein bisschen schnell. Nein! Ich wollte rein! Ah. Ich wusste es nicht, dass es da noch eine Abkürzung gibt. Na, jetzt bin ich dritter Platz. Ja, die beiden kriege ich noch. Ähm. Haha, das Häschen! Oh, mit der Bombe weggebasht. Oh, armes Häschen. Poppel die Hülle. So, bloß nicht in den Stein rein. Und mit dem Turbo los geht's. Vielleicht kriegen wir ja was. Oh, was war das denn? Hm. Ich zünde jetzt keine Bombe. Weil, wenn ich den treffe, treffe ich mich mit. Das war klar. Lass mich... Nee. War vielleicht gar nicht mal schlecht, dass ich den getroffen habe. Hallo, Linda. Und tschüss, Bitch. Ach, sch... Fuck. Ja, das kann natürlich passieren. Eiskalt mir das Dingsbums weggenommen. Ja, jetzt bin ich ja noch Vierter. Och, Linda, ich hasse dich. Was soll das denn? Also, hier haben sie jetzt die Schwierigkeitsgrad gefühlt. Angezogen. Das wäre natürlich wahrscheinlich alles kein Problem gewesen. Oh, super. So, schluck das. Und du schluckst das. Dann schluckst du es jetzt. So, Linda. Ich fahre jetzt extra weit. Wenn ich nämlich hier reinfahre, während das grün ist, kannst du nämlich Aua machen. Oh, super getroffen. Ich habe ein bisschen Freiraum. So, Lindtchen. Ich packe dich an den Zöpfen und schiebe dir deine Nase in den Arsch. Die Schüsse hat sie sich geholt. Nee. Nimm Dingsbums vorbei und gerade den nächsten Turbo. Oh, perfekt. Und jetzt schön weg. Dann kann sie nämlich nicht zielen. So schnell wie möglich einfach weg. Okay. Okay. Ich werde mich nicht dazu veranlassen, da reinzufahren. Ach man, diese scheiß Münzen. Warum kommen die so häufig? Weißt du, diese scheiß Gelbmaus kommt so gut wie nie. Aber die Münzen, die kommen recht häufig. Ist das charaktergebunden? Ja, das meinte ich mit Schneemännern. Da hat mich der Schneemann hier gerade ein bisschen rausgehauen. Weil die tanzen dann nämlich total rum die Verrückte. Man kann es übertreiben mit dem Herumgeballer. Tja, sowas habe ich auch, die Penner. Ähm, ja komm, hier nochmal neun. Ja, komm. Alter Schwede. Hab dich. Okay, die Linder sind ein bisschen schneller als ich. das macht aber nichts. Ja, natürlich. Ich geh jetzt vor der Nase wegschnappen. Ach. Ich wusste, dass du irgendwas hast. so, ich nehme die Kurve ein bisschen enger. Dann sollte ich dich noch kriegen. Was? Ach. Ich glaube, das ist ein... Die hatten einen deutlich erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ich ging nicht mehr. Ja. Was? Äh. Ja. 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 mich bloß in Ruhe. Schön. Drei Mieschen. Zum Glück nehmen die keine Abkürzung. Das wäre echt übel. Wir müssen uns für die nächsten Rennen dringend ein neues Alt reinkaufen. Das Allaround ist, glaube ich, ein bisschen zu schwach. Also von der Geschwindigkeit her. So ein bisschen Kohle noch, natürlich. Scheiße. Das wird... Ja, komm. Zwei Geister. So, dann haben wir auch mal die Abkürzung gesehen. Ich habe nur keine Ahnung, ob das wirklich eine Abkürzung ist. Ja, so nicht. Da war ich zu greedy. Ja, das Port ist in Lenken nicht gut. Ja, bringt nichts. Ja, ich bin Platz zwei. Der Trottel davon ist vor mir. Ich habe es noch geschafft. Also die Abkürzung hat doch ordentlich was gebracht, glaube ich. Oh, zum Glück bin ich da nicht gesprungen, ey. Das hätte geknackt... Ja, noch ein Geist, oder was? Komm, das ist die letzte Dienstwurm ist. Oh. Naja, wenigstens habe ich so den Schaden des Geistes minimiert. Ja, da habe ich dich. Nein! Oh, du... Oh, du räudiger Sohn, eine Dirne, ey. Oh, Jam, du Pisser. Diese Drecksau. Dieser kleine Lappen. Willkommen. This fakes. So, jetzt würde ich mal gucken, was kostet denn... Oh, alle 22.000. Alter Schwede. Muss ich den Shit nochmal machen? Das ist doch eklig. Na gut. Wenigstens habe ich jetzt ein neues Board. Alpon! Ready? Komm schon! Ja, super. Ich muss hier mitnehmen, was geht. Sorry, Leute. Ich muss mich jetzt richtig konzentrieren. Ja, blöd gelaufen. Naja, immerhin ein bisschen Kohle gekriegt. Ich kann hier echt nicht gut lenken. Ja, super. Die Schneemänner gegen Bomben eintauschen ist auch nicht so das Wahre. So, ich habe keine Ahnung, wen ich getroffen habe. Aber das Bunny ist ja eigentlich nicht so das Problem. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, hier versuch ich es gar nicht erst. Ach. Ach, Mist. Dumm gelaufen. Ja, super. Zwei Geister lecken mich doch. Ah, kann ich wenigstens die Abkürzung benutzen? Näch. Ich bin natürlich nicht schnell genug. Ah, was ab, Linda. Ich kriege dich noch. Ein kleiner Arsch gehört mir! Hier zünde ich keine Bombe. Ich werde mir dir, du klausst mir das Item. Es war so klar. Ja. Das hat mir gerade ein bisschen den Arsch gerettet, muss ich sagen. Aber die Linda ist natürlich weg. Dabei habe ich schon eine schnelle Bord auf Stufe 2. Was soll ich denn noch machen? Hinter mir ist auch einer. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. Oh, ja. Ich bin natürlich auch nicht verschont davon. Och, Mann! Ekelhaft, 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 ekelhaft. Natürlich haut er jetzt einen Turbo raus. Ein paar Geister werden schlecht. Nicht schlecht. So, ich wette mit dir, der hat die Abkürzung genommen. So. Schlucki! Der hat noch den Geist, das ist gut. Den Fallschirm hebe ich mir auf. Für mich gefühlt der beste Schuss. Der Schneemann kann ja auch nach hinten losgehen, haben wir ja gesehen. Ich bin gerade voll konzentriert aufs Spiel. Natürlich nicht runterfallen. Der Turbo wäre jetzt ganz nice. Ja, so einen Stein kann man auch nehmen. Ach, Mann! Ich wollte eigentlich nur einen normalen Rückwärtssalto machen. Alter, wie schnell die aufholt. Gerade die Linda. Ah, da kann man perfekt reinspringen, aber das schaffe ich nicht. So gut bin ich leider nicht. Ein paar Mün... Ja, ich kriege immer nur so Steine und so einen Scheiß. Was soll das denn? So ein paar Taler oder so wären auch schon ganz geil. Aber nein, ich bin nur der Typ, der sich ständig auf den Kopf kriegt. Hohoho, Slash, ich fühle mit dir. Ach, Mist, was macht das denn? Oh, natürlich eiskalt ein Geist reingehauen. Und nun... Es war so klar. Es war so klar. Warum kriege ich die nicht? Ich will mich raten. Wir hauen gleich ab. Gleich ziehen sie an mir vorbei. In der letzten Runde ist das bestimmt wieder der Fall. Gut. Irgendwas hat er jetzt Aua gemacht. Aber nicht bei mir. Ha! Obwohl der Jam ja eigentlich eher mein Feind sein sollte. Weil hat der mich ja eben so richtig rausgeahmert. Mit so einer richtig miesen Masche. Ne, ich will meine Fallschirme behalten. Hier gibt's eine Abzweigung. Super! Das hebe ich mir jetzt so lange auf, bis es wirklich brenzlig wird. Ach Mist, ich bin gesprungen. Also ich bin bei dieser einen Kante bin ich abgehoben. Von daher hab ich den Speed-Bonus nicht gekriegt. Hehehehe. Ich wusste, dass noch sowas kommt. Meine Frisur ist so schon platt genug. Ach Mist, das war ein Item. Ich wollte ihm jetzt bewusst ausweichen. Mir passiert das auch immer wieder. Ich hab doch nach vorne gedrückt. Och nö! Okay, macht nichts. Ich wäre sowieso platt gewesen. Ja. Ekelhaft. Ekelhaft. Wie sind wir lachen? Geil! Ja, das sind richtige Kids, aber die Linda geht mir auf den Sack. Krieg ich auch nicht mehr. Die ist zu schnell, die ist zu weit vorne. Ich muss die Kurven so eng nehmen, wie es geht und hoffe, dass sie eine scheiß Item kriegt. Ja, sag grad ich, der sowieso nur diese scheiß Steine kriegt. Ich bin halt nicht schnell genug. Och Mann! Was soll das denn? Ich brauch echt... Also ich glaub mit Slash haben wir hier echt ein Problem, weil er einfach gegen die Linda mit ihrem Speed Dingsbums nichts anrichten kann. Ich probier's noch mal. Ja, ich zieh's einfach durch. Auch mit Alpine oder so, das ist egal. Ich glaube, die Linda ist einfach zu schnell für uns. Die müssen wir anders aus manövrieren. Und natürlich hab sie wieder dabei. Ja, der hat wirklich nur ein Bikini-Oberteil an. Das ist doch unglaublich. Der muss so kalt sein. schon wieder so ein scheiß Stein, ey. Die kannst du behalten. Ich versuch halt überall diesen scheiß Konos zu bekommen. Aber das kannst du vergessen. Oh, natürlich wieder ein Geist. Na, das ist klar. Na gut, mit dem Tschüss, Häschen. Hahahaha. Direkt in den Abgrund. Da kannst du rumhoppeln. Ja, das klappt. Ich hab natürlich... Och, Mann. Hättest du das nicht eine halbe Sekunde später haben können? Ich hab natürlich jetzt keine Ausrede mehr, zu sagen, ich hab doch nach vorne gedrückt, scheiß Controller. Weil, ihr seht ja, was ich drücke. Von daher... Ist das jetzt keine Ausrede mehr, zu sagen, auf den Controller die Schuld zu geben? Gibt's hier nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach da dran, dass ich nicht immer auf den Controller gucke. Ha! Perfekt rausgehauen. Super. Schön. Freue ich mich. Ja, die Fallschule kann ich mir erneuern. Ich hab nur noch einen. Ah, die Schneemänner sind nicht so geil. Wer kriegt denn da diese scheiß Münzen? Jam, du Pisser. Oh, nee, ey, da kriegst du doch Plagg im Arsch. Ich hab mich auch mal selbst getroffen. Das war knapp. Yes. Ach, nee. Ich hab die blonde Bunny mit dem Herzchen auf der Backe. Echt lieber hinter mir, als den Jam, weil die nicht ganz so schnell ist. Nein! Also, verschwinden die Steine, oder fällt da jemand rein? Das ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Weil die sich zwar freuen, wenn sie jemanden getroffen haben, aber bei den Steinen weiß ich das nicht. Weil da macht er nämlich keinen Mux, der Junge. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Das sind doch alle recht jung. Ne gut, Snowboard Kids, ne, das spieleist ich umsonst so. Ah, diese scheißen Munzen, ey. Und ein Geist, ja. Gibt natürlich nix härteres, als kurz vorm Absprung von so scheißen Münzen getroffen zu werden und kurz vorm Aufstehen so einen scheiß Geist abzukriegen. Na wenigstens gibt's hier ein bisschen Kohle. Oh, diese Münzen! Ah, das ist wirklich unglaublich. Wie oft die auch kommen. Also im normalen Spiel ist das nicht so häufig. Da hat wohl irgendjemand ein bisschen übertrieben. Also da hat wohl jemand... Jetzt könnte ich mal ein paar Münzen gebrauchen. Ne, ich krieg so einen Geist. Na immerhin. Linda getroffen, das Hoppelhessen ist vor mir und der Scham ist hinter mir. Da ist es doch schon. Und grad noch einen. Weil es so schön war. Wer hat das denn gesetzt? Warum krieg ich zwei Geister? Ich bin dritter Platz. Ich darf eigentlich gar keinen Geist bekommen. Was? Wo war ich denn zweiter? So, weg mit dir. Mist. Also dritter Platz. Ach, ich glaube ich brauche eine Pause, ey. Ja, nach hinten. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber die Linda ist glaube ich zu weit vorne, dass ich die noch erreichen kann. Ich habe doch nach vorne gedrückt. Ich will einen ganz normalen Vorwärtssalto machen. Dann kriege ich nämlich ein bisschen Speed. So ein paar Schüsschen nehme ich noch. Das schluckst du. In das rohen Karton. Ich nehme das. Dann kriegst du das. Die Münzen hebe ich mir auf. Im Sinne, dass es wirklich knapp wird. Oh Mann, wer kriegt denn diese ganzen Knapp-Kack-Münzen, ey. Das überholt mich sowieso gleich wieder jemand. Will ich den Fallschirm? Ja. So, jetzt wenn es knapp wird, dem muss ich ausweichen. Super. Ganz normaler Sprung. Ja, das war aber auch gewollt. Macht nix, macht nix, macht nix. Okay. Ja, komm. Alles auf mich, oder was? Das wurde mir ein bisschen zu knapp. Perfekt, eigentlich. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Oh, perfekt. Tschüss. Moment, wo zweiter Platz? Wo? Wer? Wie? Wie ist die an mir vorbeigekommen? Wie ist die an mir vorbeigekommen? Die treff' ich doch nie mal. Das ist doch scheiße. Immer so. Ja, 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 ja. So viel Glück kann auch nur ein Arschloch wie ich haben. Och, herrlich, herrlich, herrlich. Super, wunderbar. Ähm, babababam. Ähm, ich muss nochmal auf Toilette. Ja, ich trinke zu viel. Auf jeden Fall. Ähm, ich mache hier nochmal einen Stoppi und... Ich glaube, ich... Nee, ich ziehe das durch. Ich mache aber trotzdem nochmal einen kurzen Aufnahmestopp. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Part.